Aus der Lutherbibel von 1880, die andere Epistel St. Pauli an die Korinther. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und Bruder Timotheus, der Gemeinde Gottes zu Korinth, samt allen Heiligen in ganz Achaja. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Der uns tröstet in all unserer Trübsal, dass wir auch trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott. Denn gleich wie wir des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch reichlich getröstet durch Christum. Wir haben aber Trübsal oder Trost, so geschieht es euch zu gut. Ist es Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Welches Heil beweiset sich, so ihr leidet mit Geduld, dermaßen wie wir leiden. Ist es Trost, so geschieht es euch auch zu Trost und Heil. Und stehet unsere Hoffnung fest für euch, die weil wir wissen, dass, wie ihr des Leidens teilhaftig seid, so werdet ihr auch des Trostes teilhaftig sein. Denn wir wollen euch nicht verhalten, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über Macht, also, dass wir uns auch des Lebens erwägten. Und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst stelleten, sondern auf Gott, der die Toten auferwecket. Welcher uns von solchem Tode erlöset hat und noch täglich erlöset und hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort erlösen. Durch Hilfe eurer Fürbitte für uns, auf das über uns, für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Danks geschehe. Denn unser Ruhm ist der, nämlich das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfältigkeit und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes auf der Welt gewandelt haben, allermeist aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anders, denn das ihr leset und auch befindet. Ich hoffe aber, ihr werdet uns auch bis an das Ende also befinden, gleich wie ihr uns zum Teil befunden habt. Denn wir sind euer Ruhm, gleich wie auch ihr unser Ruhm seid, auf des Herrn Jesu Tag. Und auf solches Vertrauen gedachte ich jedes Mal zu euch zu kommen, auf das ihr aber mal eine Wohltat empfinget. Und ich durch euch in Mazedonien reisete, und wiederum aus Mazedonien zu euch käme, und von euch geleitet würde in Judäa. Habe ich aber eine Leichtfertigkeit gebraucht, da ich solches gedachte? Oder sind meine Anschläge fleischlich? Nicht also, sondern bei mir ist Ja, Ja, und Nein ist Nein. Aber, oh, ein treuer Gott, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt ist, durch mich und Silvanum und Timotheum, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn alle Gottesverheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm, Gott zu lobe durch uns. Gott ist es aber, der uns befestigt, samt euch in Christum, und uns gesalbet, und versiegelt, und in unsere Herzen das fand, den Geist gegeben hat. Ich rufe aber Gott an zum Zeugen auf meine Seele, dass ich euer verschonet habe, in dem, dass ich nicht wieder gen Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren seien über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr stehet im Glauben. Ich gedachte aber solches bei mir, dass ich nicht aber mal in Traurigkeit zu euch käme. Denn so ich euch traurig mache, wer ist, der mich fröhlich mache, ohne der da von mir betrübet wird? Und dasselbe habe ich euch geschrieben, dass ich nicht, wenn ich käme, traurig sein müsste, über welche ich mich billig sollte freuen. Sintemal ich mich des zu euch allen verstehe, dass meine Freude euer aller Freude sei. Denn ich schrieb euch in großer Trübsal und Angst des Herzens, mit vielen Tränen. Nicht, dass ihr sollt betrübt werden, sondern auf das ihr die Liebe erkennet, welche ich habe sonderlich zu euch. So aber jemand eine Betrübnis hat angerichtet, der hat nicht mich betrübet, ohne zum Teil, auf das ich nicht euch alle beschwere. Es ist aber genug, dass derselbe von vielen also gestrafet ist, dass ihr nun hinfort ihm desto mehr vergebet und tröstet, auf das er nicht in allzu großer Traurigkeit versinke. Darum ermahne ich euch, dass ihr die Liebe an ihm beweiset. Denn darum habe ich euch auch geschrieben, dass ich erkennte, ob ihr rechtschaffend seid, gehorsam zu sein in allen Stücken. Welchen aber ihr etwas vergebet, dem vergebe ich auch. Denn auch ich, so ich etwas vergebe jemanden, das vergebe ich um euretwillen an Christi statt, auf das wir nicht übervorteilet werden vom Satan, denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Da ich aber Gentroas kam, zu predigen das Evangelium Christi, und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, da ich Titum, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich machte meinen Abschied mit ihnen und fuhr aus in Mazedonien. Aber Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christo und offenbaret den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind Gott ein guter Geruch Christi, beides unter denen, die selig werden, und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hier zu tüchtig? Denn wir sind nicht wie etlicher viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern als aus Lauterkeit und als aus Gott, vor Gott, reden wir in Christo. Heben wir denn aber mal an, uns selbst zu preisen? Oder bedürfen wir wie etliche der Lobbriefe an euch oder Lobbriefe von euch? Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, der erkannt und gelesen wird von allen Menschen. Die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unser Predigtamt zubereitet und durch uns geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Ein solches Vertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, etwas zu denken, als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, welcher auch uns tüchtig gemacht hat, das Amt zu führen des Neuen Testaments, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. So aber das Amt, das durch die Buchstaben tötet und in die Steine ist gebildet, Klarheit hatte? Also, dass die Kinder Israels nicht konnten ansehen das Angesicht Moses, um der Klarheit willen seines Angesichts, die doch aufhöret? Wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Klarheit haben? Denn so das Amt, das die Verdammnispredigt Klarheit hat, vielmehr hat das Amt, das die Gerechtigkeit predigt, überschwängliche Klarheit. Denn auch jenes Teil, das verkläret war, ist nicht für Klarheit zu achten gegen dieser überschwänglichen Klarheit. Denn so das Klarheit hatte, das da aufhöret, vielmehr wird das Klarheit haben, das da bleibet. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, welche in Christo aufhöret. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn es aber sich bekehrete zu dem Herrn, so würde die Decke abgetan. Denn der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht. Und wir werden verkläret in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der anderen, als vom Herrn, der der Geist ist. Darum, dieweil wir ein solches Amt haben, nachdem uns Barmherzigkeit widerfahren ist, so werden wir nicht müde, sondern meiden auch heimliche Schande und gehen nicht mit Schalkheit um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern mit Offenbarung der Wahrheit und beweisen uns wohl gegen aller Menschen Gewissen vor Gott. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist es in denen, die verloren werden, verdeckt. Bei welchen der Gott dieser Welt der ungläubigen Sinne verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangelii von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum, dass er sei der Herr, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der der hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstände die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber solchen Schatz in irdischen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um und tragen um alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leib, auf das auch das Leben des Herrn Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu Willen, auf das auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Darum, so ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Dieweil wir auch denselben Geist des Glaubens haben, nach dem geschrieben steht, Ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum so reden wir auch. Und wissen, dass der, so den Herrn Jesum hat auferweckt, wird uns auch auferwecken durch Jesum und wird uns darstellen samt euch. Denn es geschieht alles um euret Willen, auf das die überschwängliche Gnade durch vieler Danksagen Gott reichlich preise. Darum werden wir nicht müde, sondern, ob unser äußerlicher Mensch verweset, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag verneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaffet eine ewige und über allemaßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir wissen aber, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir ein Bau haben von Gott erbauet, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und über demselben sehen wir uns auch nach unserer Behausung, die vom Himmel ist und uns verlanget, dass wir damit überkleidet werden. So doch, wo wir bekleidet und nicht bloß erfunden werden. Denn dieweil wir in der Hütte sind, sehnen wir uns und sind beschweret, sindemal wir wollten lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, auf dass das Sterbliche würde verschlungen von dem Leben. Der uns aber zu demselben bereitet, das ist Gott, der uns das Pfand, den Geist gegeben hat. Wir sind aber getrost alle Zeit und wissen das, dieweil wir im Leibe wohnen, so wallen wir dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben, und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, außer dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum fleißigen wir uns auch, wir sind daheim oder wallen, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei gut oder böse. Dieweil wir denn wissen, dass der Herr zu fürchten ist, fahren wir schön mit den Leuten, aber Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch in euren Gewissen offenbar sind. Dass wir uns nicht aber mal loben, sondern euch eine Ursache geben, zu rühmen von uns, auf das ihr habe, zu rühmen wieder die, so sich nach dem Ansehen rühmen, und nicht nach dem Herzen. Denn tun wir zu viel, so tun wir es Gott, sind wir mäßig, so sind wir euch mäßig. Denn die liebe Christi dringet uns also, sinde mal wir heiten das, so einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, auf das die, so da leben, hinfort nicht ihn selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum von nun an kennen wir niemand nach dem Fleisch, und ob wir auch Christum gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Jesum Christum und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott vermahnet durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir ermahnen aber euch als Mithilfer, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget. Denn er spricht, ich habe dich in der angenehmen Zeit erhöret und habe dir am Tag des Heils geholfen. Seht, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Lasset uns aber niemand irgendein Ärgernis geben, auf das unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allen Dingen lasset uns beweisen als die Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhen, in Arbeit, in Wachen, in Fasten. In Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, in dem Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Schande, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte, als die Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht ertötet, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts innehaben und doch alles haben. O ihr Korinther, unser Mund hat sich zu euch aufgetan, unser Herz ist getrost, und der Halben dürft ihr euch nicht ängsten, dass ihr euch aber ängstet, das tut ihr aus herzlicher Meinung. Ich rede mit euch, als mit meinen Kindern, dass ihr euch auch also gegen mich stellet und seid auch getrost. Ziert nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit für Genieß mit der Ungerechtigkeit, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes für eine gleiche mit den Götzen? Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht? Ich will in ihnen wohnen und in ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und meine Töchter sein, spricht der Allmächtige Herr. Dieweil wir nun solche Verheißung haben, meine Liebsten, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes. Fasset uns, wir haben niemand leidgetan, wir haben niemand verletzt, wir haben niemand vervorteilet. Nicht sage ich solches, euch zu verdammen, denn ich habe droben zuvor gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, mit zu sterben und mit zu leben. Ich rede mit großer Freudigkeit zu euch, ich rühme viel von euch, ich bin erfüllet mit Trost, ich bin überschwänglich in Freuden in aller unserer Trübsal, denn da wir in Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern allenthalben waren wir in Trübsal, auswendig Streit, inwendig Furcht. Aber Gott, der die Geringsten tröstet, der tröstet uns durch die Zukunft, Titti, nicht allein aber durch seine Zukunft, sondern auch durch den Trost, damit er getröstet war an euch und verkündigte uns euer Verlangen, euer Weinen, euren Eifer, um mich also, dass ich mich noch mehr freute. Denn dass ich euch durch den Brief habe traurig gemacht, reuet mich nicht. Und ob es mich reute, so ich aber sehe, dass der Brief vielleicht eine Weile euch betrübet hat, so freue ich mich doch nun nicht darüber, dass ihr seid betrübt worden, sondern dass ihr seid betrübt worden zur Reue. Denn ihr seid göttlich betrübt worden, dass ihr von uns ja keinen Schaden irgendwo genehmt. Denn die göttliche Traurigkeit wirket zur Seligkeit eine Reue, die niemand geräuert. Die Traurigkeit aber der Welt wirket den Tod. Siehe dasselbe, dass ihr göttlich seid betrübt worden, welchen Fleiß hat es in euch gewirket, dazu Verantwortung, Zorn, Furcht, Verlangen, Eifer, Rache? Ihr habt euch bewiesen in allen Stücken, dass ihr rein seid an der Tat. Darum, ob ich euch geschrieben habe, so ist es doch nicht geschehen um des Willen, der beleidigt hat, auch nicht um des Willen, der beleidigt ist, sondern um des Willen, dass euer Fleiß gegen uns offenbar würde, bei euch vor Gott. Der Halben sind wir getröstet worden, dass ihr getröstet seid. Überschwänglicher aber haben wir uns noch mehr gefreut über der Freude Titi, denn sein Geist ist erquickt an euch allen. Denn was ich vor ihm von euch gerühmet habe, bin ich nicht zu Schanden geworden, sondern gleich wie alles wahr ist, dass ich mit euch geredet habe, also ist auch unser Ruhm bei Tito wahr geworden. Und er ist überaus herzlich wohl an euch, wenn er gedenket an euer aller Gehorsam, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern habt aufgenommen. Ich freue mich, dass ich mich zu euch alles verstehen darf. Ich tue euch kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden in Mazedonien gegeben ist. Denn ihre Freude war da überschwänglich, da sie durch viele Trübsal bewähret wurden. Und wiewohl sie sehr arm waren, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfältigkeit. Denn nach allem Vermögen, das zeuge ich, und über Vermögen waren sie selbst willig, und flehten uns mit vielem Ermahnen, dass wir aufnehmen die Wohltat und Gemeinschaft der Handreichung, die da geschieht den Heiligen. Und nicht wie wir hofften, sondern ergaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns durch den Willen Gottes, dass wir mussten Titum ermahnen, auf das er, wie er zuvor hatte angefangen, also auch unter euch solche Wohltat ausrichtete. Aber gleich wie ihr in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allerlei Fleiß und in eurer Liebe zu uns, also schaffet, dass ihr auch in dieser Wohltat reich seid. Nicht sage ich, dass ich etwas gebiete, sondern dieweil andere so fleißig sind, versuche ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Denn ihr wisset die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass, ob er wohl reich ist, ward er doch arm um euret Willen, auf das ihr durch seine Armut reich würdet. Und mein Wohlmeinen hierinnen gebe ich, denn solches ist euch nützlich, die ihr angefangen habt vor dem Jahr her, nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen. Nun aber vollbringt auch das Tun, auf das, gleich wie da ist ein geneigtes Gemüt zu wollen, so sei auch da ein geneigtes Gemüt zu tun, von dem, das ihr habt. Denn so einer willig ist, so ist er angenehm, nachdem er hat, nicht nachdem er nicht hat. Nicht geschieht das der Meinung, dass die anderen Ruhe haben und ihr Trübsal, sondern dass es gleich sei. So diene euer Überfluss ihrem Mangel diese teure Zeit lang, auf das auch ihr Überfluss hernach diene eurem Mangel und geschehe, das gleich ist. Wie geschrieben steht, der viel sammelte, hatte nicht Überfluss und der wenig sammelte, hatte nicht Mangel. Gott aber sei Dank, der solchen Fleiß an euch gegeben hat, in das Herz Titti. Denn er nahm zwar die Ermahnung an, aber dieweil er so sehr fleißig war, ist er von ihm selber zu euch gereiset. Wir haben aber einen Bruder mit ihm gesandt, der das Lob hat am Evangelio durch alle Gemeinen. Nicht allein aber das, sondern er ist auch verordnet von den Gemeinden zu unseren Gefährten in dieser Wohltat, welche durch uns ausgerichtet wird, dem Herrn zu ehren und zum Preis eures guten Willens. Und verhüten das, dass uns nicht jemand übel nachreden möge, solcher reichen Steuerhalben, die durch uns ausgerichtet wird. Und sehen darauf, dass es redlich zugehe, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Auch haben wir mit ihm gesandt unseren Bruder, den wir oft gespüret haben, in vielen Stücken, dass er fleißig sei, nun aber viel fleißiger. Und wir sind großer Zuversicht zu euch, es sei Titus halben, welcher mein Geselle und Gehilfe unter euch ist, oder unserer Brüder halben, welche Apostel sind der Gemeinden und eine Ehre Christi. Er zeiget nun die Beweisung eurer Liebe und unseres Ruhms von euch an diesen, auch öffentlich vor den Gemeinden. Denn von solcher Steuer, die den Heiligen geschieht, ist mir nicht Not, euch zu schreiben. Denn ich weiß euren guten Willen, davon ich rühme bei denen aus Mazedonien und sage, Achaja ist vor dem Jahr bereit gewesen und euer Exempel hat viele gereizet. Ich habe aber diese Brüder darum gesandt, dass nicht unser Ruhm von euch zunichte würde in dem Stück und dass ihr bereit seid, gleich wie ich von euch gesagt habe. Auf das nicht, so die aus Mazedonien mit mir kämen und euch unbereitet finden, wir, wenigst sagen ihr, zu schanden würden mit solchem Rühmen. Ich habe es aber für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, zu verfertigen diesen zuvor verheißenen Segen, dass er bereitet sei, also, dass es sei ein Segen und nicht ein Geiz. Ich meine aber das, wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten, und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeglicher nach seiner Willkür, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass allerlei Gnade unter euch reichlich sei, dass ihr in allen Dingen volle Genüge habet und reich seid zu allerlei guten Werken. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und gegeben den Armen, seine Gerechtigkeit bleibet in Ewigkeit. Der aber Samen reicht dem Seemann, der wird je auch das Brot reichen zur Speise und wird vermehren euren Samen und wachsen lassen das Gewächs eurer Gerechtigkeit. Dass ihr reich seid in allen Dingen, mit aller Einfältigkeit, welche wirke durch uns Danksagung Gotte. Denn die Handreichung dieser Steuer erfüllt nicht allein den Mangel der Heiligen, sondern ist auch überschwänglich darinnen, dass viele Gott danken, für diesen unseren treuen Dienst. Und preisen Gott über euren untertänigen Bekenntnis des Evangelii Christi und über eure einfältigen Steuer an sie und an alle und über ihren Gebet für euch, welche verlanget nach euch, um der überschwänglichen Gnade Gottes willen in euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Ich aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmütigkeit und Lindigkeit Christi, der ich gegenwärtig unter euch gering bin, in Abwesen aber bin ich türstig gegen euch. Ich bitte aber, dass mir nicht Not sei, gegenwärtig türstig zu handeln und der Kühnheit zu gebrauchen, die man mir zumisset, gegen etliche, die uns schätzen, als wandelten wir in fleischlicher Weise. Denn ob wir wohl im Fleisch wandeln, so streiten wir doch nicht fleischlicherweise. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott, zu verstören die Befestigungen. Damit wir verstören die Anschläge und alle Höhe, die sich erhebet wieder das Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi und sind bereit zu rächen allen Ungehorsam, wenn euer Gehorsam erfüllt ist. Richtet ihr nach dem Ansehen? Verlässt sich jemand darauf, dass er Christo angehöre, der denke solches auch wiederum bei ihm, dass gleich wie er Christo angehöret, also gehören wir auch Christo an. Und so ich auch etwas weiter mich rühmte von unserer Gewalt, welche uns der Herr gegeben hat, euch zu bessern und nicht zu verderben, wollte ich nicht zu schanden werden. Das sage ich aber, dass ihr nicht euch dünken lasset, als hätte ich euch wollen schrecken mit Briefen. Denn die Briefe, sprechen sie, sind schwer und stark, aber die Gegenwärtigkeit des Leibes ist schwach und die Rede verächtlich. Wer ein solcher ist, der denke, dass wie wir sind mit Worten in den Briefen im Abwesen, so dürfen wir auch wohl sein mit der Tat gegenwärtig. Denn wir dürfen uns nicht unter die rechnen oder zählen, so sich selbst loben. Aber die Weise sich bei sich selbst messen und halten allein von sich selbst, verstehen sie nichts. Wir aber rühmen uns nicht über das Ziel, sondern nur nach dem Ziel der Regel, damit uns Gott abgemessen hat, das Ziel zu gelangen auch bis an euch. Denn wir fahren nicht so weit, als hätten wir nicht gelanget bis an euch, denn wir sind ja auch bis zu euch gekommen mit dem Evangelium Christi. Und rühmen uns nicht über das Ziel in fremder Arbeit und haben Hoffnung, wenn nun euer Glaube in euch gewachsen, dass wir unserer Regel nach wollen weiterkommen. Und das Evangelium auch predigen denen, die jenseits euch wohnen und uns nicht rühmen in dem, das mit fremder Regel bereitet ist. Wer sich aber rühmet, der rühme sich des Herrn. Denn darum ist einer nicht tüchtig, dass er sich selbst lobet, sondern dass ihn der Herr lobet. Wollte Gott, ihr hieltet mir ein wenig Torheit zu gut, doch ihr haltet mir es wohl zu gut. Denn ich eifere über euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch vertraut einem Manne, dass ich eine reine Jungfrau Christo zubrichte. Ich fürchte aber, dass nicht wie die Schlange Efam verführte mit ihrer Scheilkeit, also auch eure Sinne verrückt werden von der Einfältigkeit in Christo. Denn so, der da zu euch kommt, einen anderen Jesum predigte, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfinget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so vertrüget ihr es billig. Denn ich achte, ich sei nicht weniger, denn die Hohen Apostel sind. Und ob ich albern bin mit Reden, so bin ich doch nicht albern in dem Erkenntnis. Doch ich bin bei euch allenthalben wohl bekannt. Oder habe ich gesündiget, dass ich mich erniedriget habe, auf das ihr erhöht würdet. Denn ich habe euch das Evangelium umsonst verkündiget und habe andere Gemeinden beraubet und sollt von ihnen genommen, dass ich euch predigte. Und da ich bei euch war gegenwärtig und Mangel hatte, war ich niemand beschwerlich, denn meinen Mangel erstatteten die Brüder, die aus Mazedonien kamen, und habe mich in allen Stücken euch unbeschwerlich gehalten und will auch noch mich eiso halten. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, so soll mir dieser Ruhm in den Ländern Achaias nicht gestopfert werden. Warum das? Dass ich euch nicht sollte liebhaben? Gott weiß es. Was ich aber tue und tun will, das tue ich darum, dass ich die Ursache abhaue denen, die Ursache suchen, dass sie rühmen möchten, sie seien wie wir. Denn solche falsche Apostel und trügerische Arbeiter verstellen sich zu Christi Aposteln. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichts. Darum ist es nicht ein Großes, ob sich auch seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit, welcher Ende sein wird nach ihren Werken. Ich sage aber mal, dass nicht jemand wehne, ich sei töricht. Wo aber nicht, so nehmt mich an als einen Törichten, dass ich mich auch ein wenig rühme. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht als im Herrn, sondern als in der Torheit, die, weil wir in das Rühmen gekommen sind. Sintemal viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen. Denn ihr vertraget gerne die Narren, dieweil ihr klug seid. Ihr vertraget, so euch jemand zu Knechten macht, so euch jemand schindet, so euch jemand nimmt, so euch jemand trotzt, so euch jemand in das Angesicht streichet. Das sage ich nach der Unehre, als wären wir schwach geworden. Worauf nun jemand kühn ist, ich rede in Torheit, darauf bin ich auch kühn. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliter, ich auch. Sie sind Abrahams Same, ich auch. Sie sind Diener Christi, ich rede törlich, ich bin wohl mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin öfters gefangen, oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich fünfmal empfangen, vierzig Streiche, weniger eins. Ich bin dreimal gestäupelt, einmal gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich habe oft gereiselt, ich bin in Gefahr gewesen zu Wasser, in Gefahr unter den Mördern, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße, ohne was sich sonst zuträgt, nämlich, dass ich täglich werde angelaufen und trage Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach, wer wird geärgert und ich brenne nicht. So ich mich je rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, welcher sei gelobet in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Zu Damaskus, der Landpfleger des Königs Aretha verwahrte die Stadt der Damasker und wollte mich greifen. Und ich ward in einem Korbe zum Fenster aus durch die Mauer niedergelassen und in Rann aus seinen Händen. Es ist mir ja, dass Rühmen nichts nütze, doch will ich kommen auf die Gesichter und Offenbarung des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christo vor 14 Jahren. Ist er in dem Leibe gewesen, so weiß ich es nicht. Oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich es auch nicht. Gott weiß es. Derselbe ward entzückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Er ward entzückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. Davon will ich mich rühmen, von mir selbst aber will ich mich nichts rühmen ohne meiner Schwachheit. Und so ich mich rühmen wollte, täte ich darum nicht törlich, denn ich wollte die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber des, auf das nicht jemand mich höher achte, denn er an mir sieht oder von mir höret. Und auf das ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf das ich mich nicht überhebe. Dafür ich dreimal dem Herrn gefleht habe, dass er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf das die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich gutes Muts in Schwachheiten, in Schwachen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich bin ein Narr geworden über dem Rühmen, dazu habt ihr mich gezwungen. Denn ich sollte von euch gelobet werden, sind mal ich nichts weniger bin, denn die hohen Apostel sind, wie wohl ich nichts bin. Denn es sind ja eines Apostel Zeichen unter euch geschehen, mit aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Welches ist es, darin ihr geringer seid, denn die anderen Gemeinden, ohne dass ich selbst euch nicht habe, beschweret. Vergebet mir diese Sünde. Siehe, ich bin bereit, zum dritten Mal zu euch zu kommen und will euch nicht beschweren, denn ich suche nicht das eure, sondern euch. Denn es sollen nicht die Kinder den Elternschätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will fast gerne darlegen und dargelegt werden für eure Seelen, wiewohl ich euch fast sehr liebe und doch wenig geliebt werde. Aber lasst also sein, dass ich euch nicht habe beschweret, sondern die, weil ich tückisch war, habe ich euch mit Hinterlist gefangen? Habe ich aber auch jemand übervorteilet durch deren Etliche, die ich zu euch gesandt habe? Ich habe Titum ermahnet und mit ihm gesandt einen Bruder. Hat euch auch Titus übervorteilet? Haben wir nicht in einem Geist gewandelt? Sind wir nicht in einerlei Fußstapfen gegangen? Lasst ihr euch aber mal dünken, wir verantworten uns, wir reden in Christo vor Gott, aber das alles geschieht, meine Liebsten, euch zur Besserung. Denn ich fürchte, wenn ich komme, dass ich euch nicht finde, wie ich will und ihr mich auch nicht findet, wie ihr wollet, dass nicht Hader, Neid, Zorn, Zank, Asterreden, Ohrenblasen, Aufblähen, Aufruhe da sei. Dass ich nicht aber mal komme und mich, mein Gott, demütige bei euch und müsse Leid tragen über viele, die zuvor gesündiget und nicht Buße getan haben für die Unreinigkeit und Hurerei und Unzucht, die sie getrieben haben. Komme ich zum dritten Mal zu euch, so soll in zweier- oder dreierzeugen Munde bestehen allerlei Sache. Ich habe es euch zuvor gesagt und sage es euch zuvor als gegenwärtig zum anderen Mal und schreibe es nun in Abwesen denen, die zuvor gesündiget haben und den anderen allen, wenn ich aber mal komme, so will ich nicht schonen. Sintemal, ihr suchet, dass ihr einmal gewahr werdet des, der in mir redet, nämlich Christi, welcher unter euch nicht schwach ist, sondern ist mächtig unter euch. Und ob er wohl gekreuziget ist in der Schwachheit, so lebet er doch in der Kraft Gottes. Und ob wir auch schwach sind in ihm, so leben wir doch mit ihm in der Kraft Gottes unter euch. Versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid, prüfet euch selbst. Oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr untüchtig seid. Ich hoffe aber, ihr erkennet, dass wir nicht untüchtig sind. Ich bitte aber Gott, dass ihr nichts übel tut. Nicht auf, dass wir tüchtig gesehen werden, sondern auf, dass ihr das Gute tut und wir wie die Untüchtigen seien. Denn wir können nichts wider die Wahrheit, sondern für die Wahrheit. Wir freuen uns aber, wenn wir schwach sind und ihr mächtig seid. Und dasselbe wünschen wir auch, nämlich eure Vollkommenheit. Der halben ich auch solches Abwesen schreibe, auf das ich nicht, wenn ich gegenwärtig bin, Schärfe brauchen müsse, nach der Macht, welche mir der Herr zu bessern und nicht zu verderben gegeben hat. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, seid vollkommen, tröstet euch, habt einerlei Sinn, seid friedsam. So wird Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schau, in welchem Leid die Menschen gefangen sind, alles nur wegen Lügen, die sie fälschlicherweise für die Wahrheit halten, wodurch sie von einem Leben mit Sinn getrennt sind. Was ist dir lieber? A. Mach es dir in der Haft bequem. Die Frucht der Bequemlichkeit wird in Deuteronomium Kapitel 28 Vers 15 bis 68 beschrieben. Unglück wird euch begleiten. Ihr werdet Kinder zeugen, aber sie werden euch nicht gehören, sondern als Gefangene weggeführt werden. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen. Denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Was ist dir lieber? B. Hilf mit. Sei das eine Prozent, das losläuft. Möchtest du zu den Menschen ausgehen, damit ihnen der gerade Weg gezeigt wird? Die Frucht dieser Mühen wird in Matthäus Kapitel 11 Vers 5 beschrieben. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Hilf mit, diese Welt zu verändern. Bestelle dieses Heft kostenlos und versandkostenfrei auf Fibelzeit.de und reiche es an deinen Nächsten weiter. Kehre um und bleib auf dem geraden Weg. Klicke auf der Webseite Fibelzeit.de, einfach auf den Menüpunkt kostenlos bestellen und du wirst sofort zum Bestellformular weitergeleitet. Wenn du Lust hast, bestelle ein einzelnes Heft für dich oder mehrere Hefte zum Weiterreichen. Also dann, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, verlebe frohe Stunden im Kreis der Liebsten und Nächsten und denke immer daran, du bist wertvoll und wirst geliebt. Missstände verschwinden nicht, wenn du wegschaust und weghörst, indem du dich narkotisierst. Glaube nicht den Abbildern des Bildschirmes. Sie bewirken, dass du auf Abwege gerätst, damit sich das Übel ungehindert ausbreiten kann. Durch den Bildschirm wirst du betäubt, damit du das Unheil zulässt. Merkst du nicht, dass du bereits in Flammen stehst? Willst du nicht erkennen, dass alles um dich herum zu Asche herunterbrennt? Kannst du nicht zwischen gesund und ungesund, richtig und falsch oder gut und böse unterscheiden?